Herzlich willkommen zu Captivate Kompakt. Mein Name ist Martin Uhrig und heute gebe ich Ihnen einen Überblick über den Workflow responsiver Projekte im Fluid Boxes Modus. Dazu wollen wir mal ein neues Projekt anlegen und zwar hier ein Projekt mit automatischer Anpassung. Das wäre also ein responsives Projekt und mit Captivate 2017 befinden wir uns jetzt, wenn wir ein neues responsives Projekt anlegen, direkt im Fluid Boxes Modus. Falls Sie übrigens in den Breakpoint Modus zurück wechseln möchten, den wir schon seit Captivate 8 und 9 kennen, dann wählen Sie dazu Projekt in Haltepunkt Modus wechseln. Schauen wir uns einfach mal in diesem Video einen kurzen Überblick über den Ablauf in responsiven Projekten im Fluid Boxes Modus an. Wenn Sie ein neues Projekt angelegt haben, Sie werden merken, Sie werden zu Beginn nicht gefragt, welche Projektgröße Sie haben möchten. Es gibt allerdings eine Projektgröße und das sehen wir auch, wenn wir über Modifizieren Projekt neu skalieren gehen. Da sehen wir, das Projekt hat aktuell 1024 x 627 und das ist also die maximale Größe, die das Projekt annehmen wird, zum Beispiel auf einem Desktop System. Wenn Sie möchten, dass das Projekt größer wird, zum Beispiel 1280 x 720, dann können Sie das hier einfach einstellen und das ist auch der erste Schritt im Workflow, den wir machen. Wir müssen uns erstmal überlegen, was soll die maximale Größe sein, dann können wir hier fertigstellen und dann wird entsprechend das Projekt in der Größe angepasst. Der nächste Schritt ist, dass Sie ein Testlayout anlegen, welches auch dieser neuen Projektgröße entspricht, denn hier oben sehen wir die verschiedenen Testlayouts. Das sind einfach die Ansichten Ihres Projektes auf verschiedenen Endgeräten, auf Browsergrößen und hier ist eigentlich auch schon der große Vorteil dieses Fluid Boxes Modus, denn Sie können im Prinzip Ihr Layout direkt in Captivate testen und können das auch hier mit dem Regler entsprechend machen. Da wir jetzt ja eine etwas höhere Auflösung gewählt haben, zoome ich erstmal ein bisschen raus, sodass wir nur 50 Prozent der Seite sehen und dann lege ich jetzt unsere Auflösung hier mal an, die wir für das Projekt eingestellt haben. 1280 x 720 und dieses Format kann ich mir dann auch als eigenes Testlayout abspeichern und das Test nenne ich dann einfach mal Desktop neu. Übrigens, wenn Sie diese Testlayouts hier anlegen und auch dauerhaft speichern möchten, auch wenn Sie das Projekt wieder neu aufmachen, müssen Sie unter Windows Captivate im Administrator-Modus starten. Dazu wechseln Sie einfach in das Programmverzeichnis von Captivate, rechts klicken hier auf Adobe Captivate und wählen dann als Administrator ausführen. Nachdem Sie die Testlayouts angelegt haben und wie gesagt, im Idealfall sollte darunter auch ein Layout sein mit Ihrer Projektgröße, können Sie nun Ihre Seiten Layouten. Dazu lege ich einfach mal eine leere Folie an, um Ihnen die Anatomie hier bei den Fluidboxes zu zeigen. Aktuell befindet sich auf dieser Seite keine Fluidbox. Die fügen wir hinzu über Fluidbox und dann kann ich mich entscheiden, ob der Fluss horizontal oder vertikal sein soll, sprich die Objekte sich von links nach rechts oder von oben nach unten anordnen sollen. Sie können dann später natürlich Fluidboxes auch jederzeit anpassen, den Fluss verändern, auch die darunter liegenden Fluidboxes in eine andere Richtung fließen lassen. Wir entscheiden uns hier einfach mal für drei vertikale Fluidboxes. Einmal hier ein Header-Bereich und vielleicht dann noch ein Content-Teil sowie ein Navigationsbereich. Im nächsten Schritt können wir dann die Fluidboxes anpassen. Sie sehen hier dann diese Anfasser, über die Sie die Größen der Fluidboxes steuern können. Ich schalte mal hier unten am besten noch die Zeitleiste weg. Wenn wir den Content-Bereich zum Beispiel hier noch in zwei Spalten teilen möchten, können wir dann hier auch weitere Fluidboxes hinzufügen. Und im Anschluss können wir dann die Fluidboxes mit Inhalt befüllen. Ich nehme hier mal exemplarisch einfach ein paar Smart-Formen und Sie sehen, wenn Sie die einfach auf der Folie platzieren, ohne dass Sie eine Fluidbox markiert haben, dann sind die noch nicht hinzugefügt. Sie können die allerdings dann über die Fluidboxes bewegen und dann sehen Sie hier auch blau markiert, wenn Sie loslassen, dass dann das Objekt der Fluidbox hinzugefügt wird. Und die Objekte können Sie natürlich hier auch jederzeit wieder rausholen und in einen anderen Bereich verschieben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, dass das vielleicht hier eine Schaltfläche werden soll. Sie können natürlich das hier auch mal duplizieren. Dann hätten wir hier zwei Schaltflächen und sehen die hier direkt nebeneinander. Die andere nennen wir vielleicht mal zurück. Dann möchten wir hier oben mal noch einen Text platzieren. Hierzu kann ich auch direkt die Fluidbox auswählen, wähle dann das Objekt aus und dann wird der Text bzw. das Objekt auch direkt in der Fluidbox platziert. Jetzt wollen wir den Titel mal gerade noch ein wenig formatieren, zumindest mal die Größe anpassen. Und das noch ein bisschen nach unten und nach links schieben. Anschließend wollen wir auch mal hier im linken Bereich noch eine Textbeschriftung hinzufügen und befüllen das hier auch gleich mal mit Inhalt. Und im rechten Bereich wollen wir auch noch ein Objekt einfügen und zwar nehmen wir hier einfach mal eine SVG-Grafik. Die ziehe ich einfach mal aus dem Explorer hier auf die Seite und dann passt sich das hier entsprechend auch an die Fluidbox an. Im nächsten Schritt können wir dann kontinuierlich die Eigenschaften der Fluidboxes anpassen und parallel auch mit Hilfe unserer Testlayouts das Layout überprüfen. Um in die Eigenschaften der Fluidboxes zu kommen, da sehen Sie, wenn ich über die einzelnen Fluidboxes fahre und hier zum Beispiel das Objekt markiert habe, dann kriege ich hier so einen blau-grünen Anfasser. Und wenn ich hier draufklicke, komme ich in die Eigenschaften der jeweiligen Fluidbox. Wenn ich jetzt hier runterscrolle, dann sehen Sie auch in dieser Fluidbox-Auswahl die gesamte Fluidbox-Struktur der Seite hier. Und hier kann ich entsprechend auch die einzelnen Fluidboxes auswählen und entsprechend dann formatieren. Zum Beispiel könnten wir jetzt in der obersten Fluidbox entsprechend einfach mal einen Abstand hinzufügen von links und rechts durch diese horizontale Auffüllung. Da sehen wir jetzt hier jeweils 20 Pixel entsprechend von den Seiten. Das Ganze können wir auch noch vertikal machen von oben und von unten und dann fügt sich hier entsprechend zwischen den Bereichen auch ein Abstand ein. Wenn ich das so nicht machen möchte, weil vielleicht der Abstand hier jetzt mir ein bisschen zu groß ist, kann ich das natürlich auch auf 0 stehen lassen und arbeite dann einfach in den unteren Fluidboxes und gebe hier entsprechende Abstände von oben und unten hinzu. Sprich, wir könnten zum Beispiel mal einfach hier in die Fluidbox reingehen und fügen hier auch noch 20 Pixel hinzu. Und das Ganze machen wir auch hier in der untersten und fügen auch noch 20 Pixel hinzu. Ich kann natürlich hier den Fluss verändern von horizontal zu vertikal. Das kann ich auch für jede einzelne Fluidbox hier machen. Ich kann das Umbruchverhalten steuern. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Sprich, ob wenn die Breite nicht ausreicht, das Objekt jetzt hier zum Beispiel in die nächste Zeile umbrechen soll oder ob sich alles in die gleiche Spalte komprimiert. Das können wir ja zum Beispiel mal hier einfach betrachten anhand dieses mittleren Teils. Dazu markiere ich einfach mal die Fluidbox hier und wir sehen jetzt hier aktuell ist eingestellt zur nächsten Zeile umbrechen. Das bedeutet also, dass hier, wenn die Breite nicht mehr ausreicht, das Objekt in die nächste Zeile umbrechen wird. Alternativ könnten wir sagen in Zeile komprimieren und wenn wir es dann verkleinern, dann sehen Sie, wird er immer versuchen, das entsprechend zu verkleinern und in der Zeile zu komprimieren. Darüber hinaus können wir nicht nur hier einige Einstellungen bei den Fluidboxes machen. Sie können auch Objekte auf optional schalten. Sprich, ich könnte zum Beispiel definieren, dass das Objekt hier nur angezeigt wird, wenn ausreichend Platz zur Verfügung ist. Oder die Fluidbox und alle darin enthaltenen Objekte kann ich hier auch auf optional schalten. Sie sehen, es gibt hier einige Möglichkeiten, die werde ich Ihnen auch noch in kommenden Videos näher vorstellen. Wir schauen mal weiter. Sie können also hier das Layout testen. Das ist schon mal eine sehr schöne Möglichkeit, um zu sehen, was passiert in tiefer liegenden Ansichten. Was aber nach wie vor wichtig ist, ist natürlich hier in die Vorschau zu gehen und sich das Projekt dann auch in der Vorschau anzuschauen. Beziehungsweise es am besten auch einmal zu veröffentlichen. Veröffentlichungsformat bei einem responsiven Projekt ist natürlich HTML5. Und das wollen wir einfach mal kurz veröffentlichen und schauen uns mal an, was wir da jetzt produziert haben. Dann gebe ich hier mal gerade noch einen Namen ein. Test Fluidboxes. Veröffentliche das. Und hier sehen wir dann die Veröffentlichung jetzt mal exemplarisch. Je nach Größe des Zielgerätes wird das dann ganz ordentlich angezeigt. Wenn die Breite abnimmt, dann sehen wir, dann presst sich das jetzt hier noch in dieselbe Spalte durch die Einstellung komprimieren. Wir werden allerdings auch merken, wenn die Höhe nicht ausreichend ist, dann verändert sich das Layout und führt vielleicht zu einem Ergebnis, das wir nicht wollen. Das liegt einfach an den verschiedenen Umbrucheinstellungen, die Sie vornehmen können. Wenn wir also sowas hier nicht haben wollen, dann müssen wir zum Beispiel jetzt in unserem Beispiel einfach mal sagen, wir wollen das in die gleiche Spalte komprimieren. Das ganze Layout und nicht, dass es, wenn die Höhe nicht ausreicht, entsprechend umbricht. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach nochmal an. Veröffentlichen das. Und hier sehen wir nun, auch wenn die Höhe nicht ausreichend ist, dann bleibt das in derselben Spalte komprimiert und bricht nicht um. Falls Sie sich übrigens gewundert haben, warum hier so ein Symbol auftaucht, das ist eine neue Funktion, die hier automatisch im Fluidboxes Modus verfügbar ist. Immer wenn der Text nicht mehr angezeigt werden kann, also der Text skaliert natürlich mit bis zu einer gewissen Größe, die Sie in Captivate auch definieren können. Und wenn dann kein Platz mehr ist, dann finden Sie hier als Lerner entsprechend ein Icon und können dann den kompletten Text aufrufen und über diese Lightbox dann entsprechend lesen. Damit sind wir auch schon am Ende. Ich wollte Ihnen mit diesem Video einfach mal anhand eines sehr einfachen Beispiels einen kompletten Überblick geben. Sie werden natürlich in weiteren Videos noch mehr über das Thema Fluidboxes erfahren. Wenn Sie alles nochmal nachlesen möchten, finden Sie unten in den Shownotes einen Link zum entsprechenden Blogartikel auf techwriter.de. Dort können Sie auch unseren kostenfreien Newsletter abonnieren und bleiben damit laufend top informiert zum Thema Captivate. Ja und wenn Sie diese Folge hilfreich fanden, geben Sie mir einen Daumen nach oben. Bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Captivaten. Ihr Martin Uhrig серbein den